Welcome back in the j-j-j-german 14 dear Salzworkers and Salzworkerinnen aller herzlich willkommen zurück meine Damen und Herren willkommen zurück zu einem weiteren 1 gegen 1 von auf der linken Seite Blood Parasite, ja wir haben das Rematch auf Abyss gegen auf der rechten Seite niemand anderen als Bowser ich habe vergessen zu gucken welche Operator die beiden spielen oh mein Gott Leute ich bin ja so lost egal wie casten jetzt einfach mal ohne zu wissen welchen Operator die beiden Spieler spielen das werdet ihr zwar schon am Thumbnail gesehen haben ja vielleicht auch nicht, vielleicht mache ich einfach mal ein Fragezeichen rein mal ein bisschen Action, ich weiß nicht, vielleicht spielt Parasite wie in der letzten Runde nochmal Firebird also ich schätze mal Amadillo Quatsch, Bowser auf der rechten Seite wird wahrscheinlich Pinch Fist spielen ich habe es schon an dem Gunner gesehen, das war auf jeden Fall Pinch Fist, Amadillo oder Spook auf der linken Seite habe ich den Gunner leider nicht mehr sehen können deswegen weiß ich gar nicht welchen Operator Parasite heute spielt so kann es mal gehen die ersten 3 Minuten für euch wieder mal im Splitscreen ihr kennt es, es ist mittlerweile Standard geworden und das ist doch etwas Schönes oder nicht ach der Splitscreen immer schön gesehen, richtig, richtig ja, Bowser auf der rechten Seite spielt Pinch Fist hat eine Map, auf der er keine Storages hat dementsprechend baut er erstmal seine Economy aus eine Mine, 3 Windturbinen wurden von ihm platziert auf der linken Seite Parasite hat sich zuerst für einen Workshop entschieden und 2 Windturbinen da unten in eine Mine reingeplaced Bowser hat die Verbindung nach unten auch schon gemacht aber noch nix reingeplaced da kommt die Kreissäge vielleicht sehen wir hier Scattershot das wäre natürlich wirklich sehr belastend wir gucken mal rein, gleich werden wir ja ein kleines ah, wir sehen den Kopf schon Leute das ist ziemlich sicher Scattershot der Parasite ist gerade auf so einem richtigen Scattershot Trip denn der Operator ist auch relativ stark und Bowser hat sich auch schon darüber aufgeregt und viele andere regen sich auch darüber auf Geiger nimmt das ganze nicht für voll aber ich finde der Operator ist sehr stark zur Zeit ja die Kreissägen sind wirklich also was heißt zur Zeit ich meine der ist schon länger stark gewesen der wurde jetzt nicht irgendwie gebufft oder so in letzter Zeit aber man hat ihn entdeckt dass er doch gar nicht so schwach ist dieser Operator Kreissäge von Parasite schneidet fast das gesamte Ford aber ich meine guckt es euch an das wäre da fast gerade in Abgrund gestürzt jetzt hängt das Ford von Bowser schon schief seit Minute 2 für die restlichen weiß ich nicht wie viele Minuten das dieses Replay geht hängt dieses Ford jetzt von Bowser schief ja und das wird ihm an der einen oder anderen Stelle einen deutlichen Nachteil bringen und guckt es euch an ich meine fast zur Hölle das fällt fast hallo hätte Parasite eine Kreissäge mehr gehabt und hätte hier reingeschnitten oder da ein bisschen besser getroffen ich weiß nicht wie sind die Kreissägen da in diesem Metall abge ähm abgedingst ah guck das hör mal da noch die zweite Kreissäge hinterher das reicht leider nicht ganz vom Winkel aber holy shit ich meine Bowsers Ford hängt mittlerweile nur noch auf ja keine Ahnung 45 Grad Alter das kracht gleich in den Untergrund allein durch Kreissägen allein durch Kreissägen Bowser hatte natürlich Angst vor Firebird hat sich dementsprechend hier ordentlich Anti-Air zugelegt beziehungsweise ja doch ordentlich Anti-Air ein paar Gunner hatte er und eine Flak die Flak sitzt immer noch die der jetzt ein bisschen tiefer platziert letztes Mal ist hier nämlich bei der Kreissäge runtergefallen ähm ich sag mal so diesmal fällt fast das gesamte Ford und guckt euch das Ford von Bowser an hier ist eine blinkende Strebe willkommen in der Gesamtansicht by the way ähm ja Scattershot es sind nur Kreissägen in Anführungsstrichen bis jetzt arbeitet Parasite nur mit Kreissägen und guckt euch das Ford von Bowser an dass das noch hält Junge Junge der hat zwar die Waffenkammer gebaut ja aber kann nicht mehr als eine Flak gerade rausbringen da oben kommt jetzt ein Sniper aber wir sind mal gespannt ob Parasite den antizipieren wird oder ob er seinen Sniper verlieren wird ah die Kreissäge da trifft jetzt auf Metall also jetzt muss sich Parasite wieder was überlegen jetzt müssen die 20mm rauskommen ja oder wir schneiden da oben mal rein aber das ganze hält zum Glück er hat dann eine extra Verbindung gemacht ah Sniper jetzt gesehen oder versucht zu sehen nein er hat ihn gesehen der Sniper guckt ja ein bisschen hier raus dementsprechend hat er ihn sehen können und wird es wahrscheinlich auch getan haben Kreissäge hat hier leider nicht dazu geführt dass das ganze abbricht aber das sah auch schon wieder ziemlich kritisch aus ja gut die Kreissäge die war leider ins nichts gepfeffert aber er hat hier auch keinen wirklichen Winkel mehr wenn er jetzt sich hier noch ein bisschen runterbaut und da unten reinschlägt schneidet das ist die neue Strategie ich meine auf Hillfort ist es ja Geigers Lieblingsstrategie sich einfach hochzubauen über den Hügel in der Mitte und dann eine Kreissäge von hoch oben über also so ungefähr hier reinzuschneiden die treffen dann auf dem Chor die nächsten zwei Blätter und damit ist der Gegner Geschichte das ist eine sehr böse Strategie und Bowser ist fast schon wieder hier am Abreißen aber das Fort hält noch aus mir unbekannten Gründen diese Strebe hier unten und denkt sich you ain't going nowhere son alter Schwede die hat Durchhaltevermögen diese eine Strebe da hätte er sie nicht in Metall verwandelt wäre das Fort sicherlich gerade in diesem Moment gefallen also worauf ich hinaus wollte wenn man sich hier bestimmt runterbaut und dann eine Kreissäge da reinhakt äh reinjagt hier unten auf den Chor ja Parasite das will ich demnächst sehen also ich kann mir vorstellen dass das direkt zum Sieg führt das ist eine sehr sehr assige Strategie man kann ja auch zwei drei Kreissägen nehmen das ist ja nicht teuer du baust eine Werkstatt baust dich runter drei Kreissägen zack rein da GG muss ich mal austesten in ranked ja was ist jetzt hier Parasites Strategie bis jetzt sind es nur Kreissägen und es ist super anstrengend für Bowser der wird sich hier wahrscheinlich gerade zu Tode aufregen was hier gerade passiert I mean look at it es ist so unangenehm es ist so unfassbar unangenehm dagegen zu spielen Parasite äh ich musste letztens falls es überhaupt schon online ist ich weiß ja gar nicht wann dieser Cast hier kommt aber ich schätze mal dass es zu diesem Zeitpunkt schon online sein wird das Best of Three gegen mich von Parasite da hat er mich auf Balls genau mit diesen Kreissägen und 20 Millimetern von Scattershot so hops genommen dieser Operator ist so stark aber da kannst du mir erzählen was du willst dieser Druck den Parasite hier ausüben kann diese Map Control die hat mit den Kreißigen das ist insane I mean look at it Bowser hat eine EMP die nicht durchkommt weil naja Parasite zwei, drei Gunner hat als an der ne ja jetzt kommt hier die Verbindung nach unten die war vorhin schon mal da wurde dann aber abgesägt von Geiger äh von Bowser von Parasite so jetzt haben wir es durch Jay'sche Krankheit ist auch bei mir eine Geschichte eine Sache so wollte ich sagen Parasite hat wahrscheinlich wieder den Sniper hier oben gerochen das ist disgusting Herr Parasite was sie hier mit dem lieben Bowser veranstalten I mean look at him stop it he is already dead nächste EMP wäre fast durchgekommen aber die Anti-R von Parasite scheint ihm gegeben zu sein auch in dem letzten Match in dem ersten Match von Parasite gegen mich holy shit es hat einfach ein Gunner geschafft eine Nuke zwischen Schwarmraketen auszuschalten die hat nichts anderes als diese Nuke getroffen zwischen Schwarmraketen ein Gunner und bei mir treffen sieben verkackte Gunner nicht oh ist das belastend es ist so belastend diese RNG in Forst in Forst ja ich würde mal sagen Schwarmraketen wir vermissten Parasite oh oh nein der arme Junge der arme Mr. Bowser sechs Min auf sechs Min läuft Parasite ja gut Bowser mittlerweile auch ich weiß nicht was hier oben bei Parasite platziert ist er hat die Mine nicht ganz nach vorne geplaced dementsprechend kann er hier nicht wie Bowser vier platzieren ich wusste gar nicht dass hier vier reinpassen aber ich habe mich immer gefragt platziert es ganz vorne oder lieber ein Stück weiter hinten aber anscheinend sollte ich es ganz vorne platzieren damit da vier Minen im späteren Spielverlauf reinpassen hier unten könnte auch noch eine Mine rein muss mal gucken ob das hier nicht durch die Dings geblockt wird aber so wie das da aussieht sollte das eigentlich kein Problem sein da kann noch eine Mine rein dann würde Bowser hier theoretisch mit einem Minenvorteil hervorgehen ob ihm das so viel bringen wird das ist die Frage er hat bis jetzt wie gesagt eine EMP und eine Shotgun damit versucht er gerade die Anti-Air von Parasite so ein bisschen zu disablen oder beziehungsweise auszuschalten das klappt aber mal mehr mal weniger gut die Shotgun hat auch nicht mehr den besten Winkel dadurch dass sie da so schief hängt oder beziehungsweise dadurch dass es sofort so schief hängt sie hat irgendwie nur einen Winkel hier unten rauf nicht auf die beiden Gunner hier oben und geschweige denn auf die beiden Gunner da oben Kreissäge wieder schön eingesetzt vom Parasite Bowser gönnt sich mehr Metallstreben aber was anderes ist auch einfach nicht ja praktikabel er muss hier die Metallstreben bauen und jetzt da unten rein das könnte teuer werden für Bowser der verteidigt sich mit Woodspam das wird noch rechtzeitig fertiggestellt werden dementsprechend gar nicht so teuer aber die Raketen treffen auch auf das Metall hier unten das zu reparieren kostet Ressourcen hier bauen wir jetzt eine Metallstrebe die wird aber nicht losgelöst werden können von Parasite der braucht jetzt hier einen Upgrade-Sender um die Schwammraketen vielleicht ein bisschen besser zu nutzen und das hier werden Gunner er versucht jetzt auf jeden Fall den Anflugwinkel der Schwammraketen künstlich etwas zu erschweren zu tiefer zu machen also wisst ihr was ich meine die Schwammraketen müssen jetzt hier unten tiefer runterfliegen weil hier Parasite gebaut hat und kommt deswegen aus einem steileren Winkel von oben sind schwerer zu verteidigen und ja mit dem richtigen Sniper hier unten könnte Parasite die Schwammraketen wahrscheinlich unter seinen unter Bowsers Core jagen was sehr unangenehm werden könnte für Bowser keine Frage Bowser hat mittlerweile ja einen MP-Launcher und zwei Shotguns ich sage wie das ist da kommt jetzt ein AP-Sniper auch sehr angenehm da oben gute Position kann hier oben die Kreissägen und die Gunner rausnehmen und sogar vielleicht ein bisschen Core-Damage machen wobei ich glaube eine Metallstrebe und eine Holzstrebe reicht um einen AP-Sniper aufzuhalten da kommen die nächsten Schwarmraketen Kreissägen nicht mehr so effektiv also Parasite muss sich jetzt langsam was einfallen lassen sonst könnte Bowser hier wieder die Oberhand bekommen jetzt mit dem AP-Sniper nimmt er die erste Kreissäge raus und das ist natürlich teuer für Parasite für alle die es nicht wissen Scattershot sorgt dafür dass eure Kreissägen gleichzeitig auch ein bisschen teurer sind sie haben 5 Schüsse und kosten deswegen nicht nur 200 Metall sondern 275 Metall umso teurer ist es für Parasite eine Kreissäge zu verlieren und da verliert er die nächste Kreissäge durch den AP-Sniper er braucht jetzt Double Doors ansonsten sind seine Kreissägen-Geschichte aber das Fort von Bowser nun das ja ich sage wie es ist das sieht nicht gut aus hat mittlerweile das Upgrade-Sender am Start und einen Raketenwerfer aber der kommt auch nicht wirklich durch da ist Anti-Air genug noch am Start er muss den AP-Sniper hier konsequenter einsetzen die beiden Gunner da kann er noch ausschalten die drei Gunner hier oben kann er ausschalten aber die könnte auch ein normaler Sniper ausschalten hier unten es ist fast keine Anti-Air mehr und damit würden seine Raketen auch schon durchkommen hier auf dem mehr oder weniger ungeschützten Chor da ist nur das Startmetall mehr nicht nächsten Schwarmraketen von Parasite auf das Fort von Bowser ja werden gut abgewehrt von der Shotgun manuell gefeuert von Bowser und der Flak und dem einzelnen Gunner und ja die Raketen kommen nicht durch Bowser wenn du nicht deine aufgebaute Anti-Anti-Air einsetzt my man you do need the snipers do it da sind nur zwei Schichten Holz das reicht für den AP-Sniper um da durchzukommen ja gut der hat wahrscheinlich nicht den Winkel ok das sehe ich vielleicht noch einen aber der eine Gunner da könnte auf jeden Fall mal ausgeschaltet werden nächste Schwarmraketensalve auch wieder nicht sehr effektiv zwei, drei Schwarmraketen kommt vielleicht durch mehr aber auch nicht eine Gunnersalve eine Raketensalve ist mal durchgekommen hat ein Gunner bei Parasite ausgeschaltet und da kommt das Upgrade der Schwarmraketen zur Nuke da ist jetzt Upgrade-Sender ich habe es gesucht ich habe es nicht gefunden ihr habt das wahrscheinlich schon wieder drei Jahre gesehen und die Shotgun hat mittlerweile einen Winkel oder sie hätte schon die ganze Zeit den Winkel auf jeden Fall hat sie jetzt ordentlich Anti-Air ausschalten können hier stehen noch zwei Gunner die können auf jeden Fall die ein oder andere Rakete noch ausschalten bin wir mal gespannt wenn die Nuke fertiggestellt werden wird dann sieht das ziemlich schlecht aus für Bowser der hat jetzt aber noch die Flak und den Gunner und die Shotgun das sind alles Möglichkeiten für Bowser das ganze Arsenal von Parasite das dieser gerade zur Verfügung hat abzuwehren oh schön gespielt hat das antizipiert ich bin mir nicht sicher aber er hat auch hier oben mit der Kreissäge reingeschnitten und die Werkstatt ausgeschaltet von Bowser das ist teuer für den Metall und keinen Kreissägen für Bowser und keine Mörser oder was auch immer der Junge plant auf der rechten Seite plant das Spiel irgendwie zu drehen Nuke immer noch nicht ganz fertig Rockets können nicht abgewehrt werden drei Gunner missen die einzelne Rocket die da gerade durchkommen eine wurde abgewehrt die hatten wir leider nicht aktive Fähigkeit von Scattershot wird aktiviert bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was hier der Plan ist von dem Herrn Parasite er hat keine 20mm zur Verfügung die Kreissäge schießen auch so 5 Projektile hm hat er sich gedacht ich haue sie einfach mal raus bin ich mir nicht sicher ein Sniper hat er zur Zeit am Start also die Nuke wäre ready aber ob sie durchkommen wird ist jetzt die Frage das Ford von Bowser hei jei das sieht immer noch ganz ganz ungesund aus eine ganz unangenehme Ausgangssituation für Bowser der hat sein Ford eigentlich schon hier oben hingeschiftet ja der baut da unten gar nicht mehr da sitzt zwar noch sein Core aber sein Ford ist eigentlich da oben und da kommt jetzt die erste Nuke wird sie abgewehrt werden können Gunner verfehlt sein Ziel aber die Flak ist am Start und wehrt die Nuke ab das war nochmal knapp die Shotgun hat er hier glaube ich auch eingesetzt aber diese hätte er wahrscheinlich eher einsetzen sollen naja hat ja nochmal zum Glück funktioniert die Frage ist wird das auch mit der nächsten Nuke so funktionieren oder wird Parasite hier das Spiel mit Nukes für sich entscheiden können schöne Shotgun von Bowser schaltet zwei Gunner hier unten aus und da oben wird auch noch mal einer rausgenommen jetzt ist noch 1 2 3 Gunner sind noch am Start 4 Gunner sogar nächste Nuke von Parasite in Kombination mit seinen Kreissägen wird ihnen das hier zum Sieg verhelfen sie fliegt und sie siegt nein sie siegt nicht sie wird wieder abgewehrt von der Flak die hat ja wirklich guten Winkel um die Nuke in letzter Sekunde abzuwehren aber für mich ist das zu kriminell Alter das das boah Alter Bowser muss Nerven haben dass er sich auf diese Flak hier unten verlässt ja die wurde jetzt leider rausgesniped von Parasite und damit ich sag mal so die nächste Nuke ist nachgeladen das könnte nicht gut ausgehen für Bowser Kreissäge gut eingesetzt von Parasite schneidet hier wieder schön rein reicht aber leider nicht um die Verbindung zu trennen ich weiß nicht was die Verbindung hier hält um ehrlich zu sein aber sie ist anscheinend noch da ich schätze mal hier ist noch eine Hintergrundstrebe oder so I don't know also ich sehe da wirklich keine Verbindung also es muss ja hier sein no oh da bricht was das Fort von Bowser es fällt was ist passiert ich hab nicht hingeguckt das Fort von Bowser stürzt in die Tiefe die Strebe hat die Belastung nicht mehr ausgehalten und der Chor verabschiedet sich oh ist das unangenehm Bowser ich fühle mit dir geh geh an den Parasiten Leute ich hoffe der Cast hat euch gefallen ich wünsche euch wie immer einen schönen entspannten Tag viel Spaß im Rang und haut rein